Ich bin der Josef, genannt Beppe Ummerthum, hier vom Weingut Ummerthum in Frauenkirchen im Burgenland. Unser Betrieb ist schwerpunktmäßig auf Rotwein spezialisiert, aber wir machen auch sehr spannende Weißweine. Ich darf dieses Jahr meinen 36. Jahrgang vinifizieren und der Klimawandel ist und bleibt ein spannendes Thema. Wir ernten jetzt nicht nur früher, sondern unsere Trauben haben eine ganz andere Qualität. Sie sind süßer, sie sind reifer, sie haben aber auch weniger Säure und sie sind im Keller bakteriologisch anfälliger. Daher müssen wir sehr sorgsam aussortieren und dazu haben wir uns eine moderne Technik angeschafft. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind neben dem Klimawandel die Verbindung von Ökologie und modernster Technik. Die Harmonie im Weinberg spürt man letztlich auch in den Weinen.